Das Gegenteil einer Lösung für deine Probleme Dir doch egal Ist ein Frühstückseil nicht hart genug Dann finde und töte das Huhn Ist die Milch im Kühlschrank nicht mehr gut Fährst du raus und verbrügelst ne Kuh Wenn das alles wenigstens logisch wär Wärst du nur ein Arschloch, nicht viel mehr Doch merkst du denn nicht, dass was man dir verspricht Hat mit folgenden gar nix zu tun Einer löse